Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2 der Omnibus Simulator immer noch auf Arlheim V 1.3, äh, pardon, immer noch auf Arlheim V 3.1.1 auf der Linie 163 von Bernstein S. zum Breckerfeld. Bestallee mit einem Mercedes-Benz O530G von Alter und ich meine hier und ohne Morphe Sound Board die habe ich zwar aufdruckt, aber ich habe jetzt mal einen ohne ausgewählt mit Mairischer Rebate und immer noch mit einem kaputten Haltemunsch nein, die kriegen wir nicht mehr und ein normal gefüllten Bus ja, wir haben jetzt noch ungefähr gute 20 Minuten, 30 Minuten Fahrzeit vor uns wird alles dann hier in diesem Bad sein wird alles dann hier in diesem Bad sein und weiter geht's und weiter geht's die Karte ist immer noch OMSI Form erhältlich ja und die Nachfolgerversion die V4 von den selben Erstellern ist ja auch schon in Arbeit und weiter geht's und weiter geht's und weiter geht's ich habe das Schild dezent übersehen Wollen Sie die Kühl auf? Aussteigen das ist ja Körperverletzung ja, ich weiß, ich habe das Schild mitgenommen ah, ich will jetzt noch ein Auto rein nein ich habe die Kohle zu eng genommen Stop, 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 stop ich wollen mit dem Kollegen nicht rein fahren Hallo Guten Tag Oh Einen Einzelfahrschein, bitte Ja, den kriegen Sie Danke Bitte sehr Einmal nochmal, bitte Danke Bitte sehr Guten Tag Guten Tag Einen Einzelfahrschein Einen Einzelfahrschein So So Hallo Guten Tag Guten Tag Guten Morgen Einmal nochmal Einmal nochmal Gerne Danke schön Bitte sehr Einmal eine Kurzstrecke Sie kriegen auch eine Kurve Sie können auch eine Kurzstrecke haben wie Sie wünschen Danke schön Bitte sehr Danke schön So Dann wollen wir mal den Hauptbahnhof fahren Mal ein Hauptbahnhof Umsteigermöglichkeiten zur Regional- und Fernbahn sowie zu weiteren Auslinien Ja, fahr rüber Ja, fahr rüber So So Du musst wahrscheinlich geradeaus ran Ne Ja 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 Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Geradeaus gut Hallo Kriegen Sie Hallo Guten Tag Danke Bitte sehr Hallo Guten Tag Hallo Guten Tag Hallo Guten Tag Hallo Guten Tag Guten Tag Morgen Guten Tag Heuteodor Guten Tag Morgen Morgen Guten Tag Morgen Diese Ampel eine gdydogon efforts harper Nein, das möchte ich nicht, ich möchte gerade aus. Ui. Und du fährst? Weiter aus, gut. Der Grün hier lässt uns jetzt halbwegs unterschlossene Reihen. Weiter schalten. Frankenstraße. Nicht vergessen. Und doch vergesse ich's. Ja. Ach ja. 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 Dann wollen wir mal weiter. In Richtung Breckerfeld. Morgen. So, wo müssen wir denn da vorne lagen? Wir müssen wahrscheinlich geradeaus, ganz genau. Musiktheater. Ich weiß, die war gelb, aber das war noch unsere Ampel. So, da vorne lagen wir uns an. Schöner, wenn sie sich nicht über das Wetter beschweren. Aber vorher kann ich mir in der nächsten Heidstelle gucken, ob der Bus inzwischen wieder wird. Oh, da können wir hier auch mal. Ne, jetzt sind wir immer noch 30 Grad. Ich bin sogar schon 30 Grad im Bus. Ich wüsste nicht, wie wir ihn rüberkriegen sollen. Hallo. 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 Ja, gibt es sofort. Ja, ja. Einmal schon mal das Rückgeld und einmal die Fahrkarte. Äh, ja. Bitte sehr. Ich weiß noch nicht, wo jetzt der Fehler war, aber egal. Und weiter geht's. Drei-Ring-Platz. Den Bus fahre ich viel zur Seite. Das passt da, das war gut. Und einmal an die Heidstelle ran. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Ich will doch erstmal mal consoles denken. Guten Morgen. Da vorne müssen wir ab... Müssen wir abliegen oder raus? Ja, gut, gut. Ja, ich fahr zu schnell in der Kurve. und der ist rot und wir stehen vor der Ampel das soll nicht unbedingt vor der Heiserinie aber vor der Ampel Challenge Ach ja ist Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ja, kriegen Sie. 20.50. 2. Bitte sehr. Die Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ja, ich habe den Bordstein mitgenommen. Kann ja schon mal passieren. Wie gesagt, ich bin mit dem Bus schon länger nicht mehr gefahren. Guten Tag, Kollege. Wieso? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Weiter geht's. Hochstraße Presserhaus, Kollege. Hochstraße. siempre нужно warm Don. Frankfurt. Einmal aussteigen bitte und weiter geht's. Kronprinzenstraße Kronprinzenstraße Ich zieh jetzt einfach mal an die hier vorbei. Was wohin fährst du denn? Ach du, du endest ja auch so. Ach so. Dilldorfer Höhe Dann wollen wir mal weiter. Dilldorfer Höhe Ach ja, ach ja, ach ja. Dilldorfer Höhe Dilldorfer Höhe Dann wird die Ampel auch mal grün. Dilldorfer Höhe Danke sehr. Ich will etwas mehr ausholen. Aufhängen bleiben. Gas geben, damit wir auch hochkommen. Dilldorfer Höhe Dilldorfer Höhe Dilldorfer Höhe desde Füine Puh Geh Dilldorfer da sind wir dann am hohe Weg Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Weiter geht's. Kerke. Das ist gut. Dann geht es weiter. Wie weit wär's denn noch? Ach, ist nicht mehr weit gut. Dann geht's weiter. Oder? Ach, ich würde mich, ich mache mich. Für mich bin ich. Ja, wo kannst du an den Schmelzer sein? Ja. Bremsen, 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 so ist es fein, aber wo ist, ein Hilfsfeil, einmal abbiegen, ok, dann lassen wir mal die Autos durch, wo ist Vorfahrtrotter, oh weh, Polo, muss ich im Polo sein, oder ein Golf, will es nicht, ok, dann fahre ich hier halt, so, dann einhalten, und die Türen auf, und weiter geht's, so, Enthaltestelle, Breckerfeld, Enthaltestelle, So, geht's, Und da ist die Auswertung alles in Ordnung. Und das ist gut. Dann machen wir nochmal. Beste Bremse rein. Dann raus. Und Motor aus. So. Die erste Tür können wir mal aufmachen. Oder viel mehr. Dich raus. All auf. Zum Lüften. Gut. Dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Oder mehrere Sachen davon, wenn ihr wollt. Und sage mal so. Wir sehen uns im Shop beim nächsten Mal rein. Wenn es wieder heißt, um sie zwei hier auf dem Kanal. Tschüss und schönen Tag da noch. Tschüss. 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 Vielen Dank.